Herr Fröhlich, gibt es bei euch auch Kinderschuhe? Ja, bei uns gibt es auch Kinderschuhe, allerdings in Dudastadt. Dort haben wir verschiedene Fabrikate, Ricosta, Superfit, Adidas, Nike, Lurchi, Roddo. Eine breite Auswahl, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf euch und wir nehmen uns Zeit und wir messen die Füße, wie sich das gehört.